Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal das Prinzip von Google AdWords erläutern. Nur wenn Sie als Werbetreibender bestimmte Schlüsselbegriffe in Google AdWords hinterlegen und derjenige, der Ihr potenzieller Kunde werden könnte, sucht nach einem bestimmten Begriff. Nur wenn beides zusammenpasst, wird die Anzeige geschaltet. Bedeutet, Sie können kontextuell bei Google AdWords Werbung schalten. Sie haben Schlüsselbegriffe, die zu Ihrem Produkt passen und wenn Kunden zu diesem Produkt eine Anfrage haben, nur dann wird Ihre Anzeige geschaltet. Und dabei ist das Abrechnungsverfahren auch sehr transparent. Das bedeutet, die Werbeeinblendung kostet erstmal kein Geld. Nur in dem Moment, wo der Nutzer auch auf die Seite klickt, nur dann müssen Sie bezahlen. Wichtig zu beachten ist aber, man muss diese Kampagnen sehr gut aussteuern, ansonsten kann man sehr viel Geld für die falsche Werbung ausgeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017